Ich werde den Müll runterbringen, ich werde den Abwasch machen, ich werde mir die Fingerniegel sauber machen, ich werde den Tisch abräumen, ich werde dich zum Essen einladen, ich werde mit dir vegan essen gehen, ich werde auf einen Nachtisch verzichten, ich werde deine Katze streicheln, ich werde deine Mutter abholen, ich werde mich mit deiner Mutter unterhalten, ich werde so tun, als ob ich deine Mutter mag, ich werde nur noch Bio einkaufen, ich werde mich um deine Blumen kümmern, ich werde das Bad putzen, ich werde dir den Rücken massieren, ich werde mit dir kuscheln, bis du eingeschlafen bist. Und weil ich das alles tue, werde ich am 8. Juli nach Riedenkreuz fahren. Noch kein Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es dann mit einem Ticket für die Gond?